Hallo und herzlich willkommen zurück zum Datenbanken SQL Video, diesmal Teil 2 mit dem kryptischen Titel Create, Read, Update und Delete. Ich wollte es eigentlich CRUD nennen, aber dazu kommen wir erst auf der nächsten Folie. Auch diesmal gilt, diese Videoreihe gehört irgendwie zum Informatikunterricht Q2 an der St. Ursula Schule in Geisenheim, soll aber auch für jeden anderen, der sich für Datenbankabfragen interessiert, passend sein. Heute, nach all den Vorarbeiten des letzten Videos, werden wir mal wirklich was in der Datenbank machen. Es wird also im Gegensatz zum vorherigen nicht mehr theoretisch, sondern extrem praktisch. Wir werden unsere Datenbank, die Terra-Datenbank, hier unten zum Download, wir werden die bearbeiten, wir werden drin lesen, wir werden Abfragen starten, wir werden Wissen gewinnen. Wer das nicht über dieses Web-Tool machen möchte, ich habe in der Endcard und unten auch eine Download-Software für Windows verlinkt, die ich persönlich ganz gut finde. Also, was kann man denn in so Webseiten machen? Ich stelle mal gerade die Aufnahme um. So, jetzt müsste man den Monitor sehen. Was kann man machen? Prinzipiell hinter diesem CRUD-CRUD verbergen sich vier Operationen, die man eigentlich auf allen Arten von Daten machen kann, deswegen auch auf einer Datenbank. Und das ist einmal Create. Ich kann Datenstrukturen erzeugen, also Tabellen, zum Beispiel für eine neue Entitätsklasse, die hinzugekommen ist. Damit werden wir uns in diesem Video nicht befassen. Erstens kann das jeder selbst nachlesen. Ich habe hier so mal beispielhaft den SQL-Befehl, das ist nämlich so eine Art Programmiersprache, den Befehl aufgeschrieben, aber da man das erstens sehr selten macht und meistens Datenbanken auf andere Weise erzeugt werden und gar nicht selbst mit SQL-Befehlen vom Benutzer aus und außerdem jedes Datenbank-Management-System da ein bisschen pingelig ist und das muss mal anders formuliert werden und das muss mal anders formuliert werden und der Befehl funktioniert hier nicht, deswegen behandeln wir das nicht. Wer will, kann das gerne nachlesen. Ich habe sowohl in der Endcard als auch in der Videobeschreibung, ich wiederhole mich gerade ein bisschen, ein Tutorial verlinkt für SQLite. In dem sind alle Befehle, alle Details, en detail beschrieben. Jeder, der das vertiefen will, die seien bitte auf das Tutorial verwiesen. Ich werde auch jeweils hinter diesem Videoteil, unter dem dritten Videoteil, so ein paar Aufgaben, mit denen man sich selbst beschäftigen kann, veröffentlichen. Für einige dieser Aufgaben reicht das Wissen, dass ich hier in den Videos von mir gebe, dass sie aus mir heraus sprudelt, nicht aus. Da gehört also ein bisschen Recherche, ein bisschen vertiefen und gerade dieses SQLite-Tutorial ist ein echt guter Startpunkt für eine Recherche. Neben dem Erzeugen von neuen Entitätsklassen kann man auch mit dem, was man schon hat in der Datenbank, Dinge anfangen. Und der wichtigste Befehl und der wahrscheinlich am häufigsten genutzte Befehl ist der zum Lesen von Daten. Liebe Datenbank, ich möchte gerne etwas von dem, was du gespeichert hast, wissen. Und das ist der Select-Befehl. Auch hier zeige ich den Code an, wir machen das aber gleich live. Das heißt, ich setze mich an unseren Online-SQLite-Datenbank-Browser und wir machen mal ein paar von den Select-Abfragen, dann verstehen wir auch, wie dieser Befehl funktioniert und was der alles kann. Neben, liebe Datenbank, ich möchte Daten von dir kennenlernen, gibt es auch den Update-Befehl. Liebe Datenbank, ich würde gerne etwas verändern. Zum Beispiel, jemand hat einen neuen Namen. Jemand hat seinen Namen geändert. Und es gibt eine Entität Person und die hat ein Feld-Vorname und ein Feld-Nachname. Also wir haben die Attribute genannt, ein Attribut-Vorname und ein Attribut-Nachname. Und der Nachname hat sich geändert, aus welchen Gründen auch immer. Da löscht ich ja nicht die ganze Person raus und erzeugt die neu, sondern ich verändere die. Dafür gibt es den Update-Befehl. Auch mit dem werden wir uns auseinandersetzen live. Und zu guter Letzt, wenn man erzeugen, lesen und verändern kann, dann muss man auch löschen können. Es gibt auch den Delete-Befehl, mit dem man Entitäten, also einzelne Einträge in Entitätstypen, Tabellen, wieder löschen kann. Das ist der Delete-Befehl. Auch den werden wir uns live anschauen. Zuallererst werden wir aber mal einen Blick auf diese Terra-Datenbank werfen. Die ist ziemlich groß und komplex, aber es gibt ein paar Aspekte, die ich gerne besprochen hätte. Und für die werde ich jetzt ein Entity-Relationship-Diagram aufzeichnen, also ein Ausschnitt aus der Datenbank. Das passiert vor dem Whiteboard. Ich versuche das jetzt mal während des Videos live umzustellen. Wir werden mal schauen, wie gut das funktioniert. So, das scheint zu funktionieren. Jedenfalls sehe ich in der Entfernung an meinem Bildschirm hier ein paar Details, die darauf hindeuten könnten, dass man mich hören und sehen kann. Also, wie sieht denn unsere Datenbank aus? Unsere Datenbank hat ganz, ganz viele Entitätstypen. Relevant für den weiteren Fortgang dieses Videos sind aber erst mal nur vier davon. Und wir fangen mit der einfachsten an. Das ist die Information zu bergen. Es gibt Informationen zu bergen. Das heißt, ich habe hier einen Entitätstyp Berg. Und dieser Entitätstyp hat, wie wir gelernt haben, Eigenschaften. Der hat zum Beispiel einen Primärschlüssel namens ID. Neben dem Primärschlüssel ID haben Berge auch Namen. Er hat einen Namen. Ein Berg gehört zu einem Gebirge. Ein Berg hat außerdem eine Höhe. H-O-I-H-E. Umlaute wollen wir da nicht. Ein Berg hat außerdem ein Jahr der Erstbesteigung, sofern bekannt. Und ein Berg liegt irgendwo und da gibt es einen Längengrad, der heißt Länge und einen Breitengrad, der heißt Breite. Für den Entitätstyp Berg gibt es in der Datenbank zwar einige Relationen, die sind aber für das Video nicht relevant. Spannender sind die Relationen zwischen Kontinenten, Ländern und Städten. Ein Kontinent hat eine ID. Das ist der Primärschlüssel. Ein Kontinent hat einen Namen. Und ein Kontinent hat eine Breche. Auch mit AE geschrieben. Mit AE geschrieben. Und nicht eckig, sondern natürlich ist es ein Attribut. Das Video scheint ein wenig hinterherzuleggen. Ich hoffe, man kann es trotzdem verstehen. Außer den Kontinenten gibt es noch Länder. Und ein Land hat ganz, 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 ganz viele Dinge relevant für uns. Ein Land hat eine ID. Das ist der Primärschlüssel. Ein Land hat einen Namen. Name. Jetzt muss ich spicken. Ein Land hat eine Abkürzung. Abkürzung, weil wir das nicht haben wollen. Und die ist wichtig, denn die ist eindeutig für ein Land. Ein Land hat außerdem noch eine Hauptstadt. Für Deutschland wäre das Berlin. Und diese Hauptstadt liegt auch in einem Landesteil. Das wäre lustigerweise auch wieder Berlin. Ein Land hat auch eine Fläche. Eine Fläche. Und ein Land hat eine Einwohnerzahl. Einwohner. Und zwischen Ländern und Kontinenten gibt es eine Relation. Und zwar umfasst ein Kontinent Länder. Und das ist eine M zu N Relation. Wir erinnern uns aus dem Unterricht. Oh mein Gott, für diese Relation müssen wir eine Extra-Tabelle anschaffen, die irgendwie die Primärschlüssel miteinander verbindet. Leider ist es in dieser Datenbank nicht so, dass die Primärschlüssel drin sind, sondern die Umfasst-Tabelle mappt Namen von Kontinenten auf Abkürzungen von Ländern. Und das ist historisch bedingt. Und das ist definitiv eine Schwäche dieser Datenbank, die in der Zukunft mal ausgemerzt werden sollte. Warum ist es eine M zu N Beziehung? Das würde ja bedeuten, dass auf M Kontinenten N Länder sein könnten. Jo, also dass auf einem Kontinent mehrere Länder sind, da sind wir uns einig. Aber Länder, die auf mehreren Kontinenten sind? Ach ja, stimmt. Russland. Russland finden wir in Europa und Asien. Und deswegen brauchen wir hier eine M zu N Relation. So, neben Ländern gibt es auch noch Städte. Dafür haben wir die Tabelle Stadt. Stadt hat natürlich auch eine ID, das ist der Primärschlüssel. Und Städte haben noch ganz, ganz viele Dinge. Wir haben einen Namen. Städte gehören zu einem Land. Und das ist ein Fremdschlüssel. Das heißt, dieses Land hier in Stadt mappt irgendwie zu der Abkürzung eines Landes dort drüben. Die haben natürlich auch noch Landteile und weiß Gott was alles. Aber relevant ist eigentlich nur noch, dass sie auch Einwohner haben. Eine Einwohnerzahl. Und zwischen Städten und Ländern gibt es eine Relation. Die liegt in Relation. Und die liegt in Relation ist eine 1 zu N Relation. In unserer Datenbank muss jede Stadt in einem Land liegen. Und zwar in genau einem Land. Das hindert aber Länder nicht daran, dass es mehrere Städte in Ländern gibt. So viel zum Entity Relationship Model hier dargestellt als Entity Relationship. Diagram unserer Terra-Tabelle. Natürlich geht die Tabelle da weit drüber hinaus. Wer sich die Mühe machen will, kann das gerne als Übung mal versuchen, das alles aufzuzeichnen. Aber Achtung, das ist ein ziemlich umfangreicher Job. Das ist eine ziemlich große Datenbank. Nachdem wir hier jetzt die Entitäten verstanden haben, jedenfalls die relevanten vier Entitätstypen für dieses Video, werde ich jetzt wieder zurück wechseln an den Bildschirm. Und wir werden live ein bisschen SQL-Abfragen programmieren. So, und da bin ich wieder am Monitor. Ich hoffe, dass mit der Verzögerung beim Video eben war nicht allzu katastrophal. Und wie das letzte Mal beschrieben, bin ich schon im Browser. Ich habe schon die Datenbank geladen in die Webseite. Das habe ich alles im letzten Video gezeigt. Man sieht hier drüben all die Tabellen, insbesondere die, die ich schon vorgestellt habe. Also, wo haben wir denn die Kontinente? Hier haben wir die Tabelle für die Kontinente. Und die kann ich mir auch anzeigen lassen, wenn ich Rechtsklick und Select Show Table mache, wie das intern funktioniert, gleich mehr. Und dann lädt er die und dann sehe ich, ich habe Kontinente, Afrika, Asien, Australien, Amerika, Nordamerika, Südamerika, die Antarktis und Europa. Und ich habe auch entsprechende Flächenmaße dazu. So weit, so gut. Gut, befassen wir uns mal mit dem ersten, genau genommen dem zweiten Teil, weil das Create haben wir ja weggelassen, dem Read. Wie hole ich etwas aus einer Datenbank raus? Dafür gibt es den Select-Befehl. Und wir schauen uns einfach mal die Berge an, denn die sind schön und leicht zu verstehen. Und wenn ich alles aus der Tabelle für den Entitätstyp Berg haben will, dann kann ich folgendes schreiben. Select, das bedeutet, ich möchte etwas auswählen. Dann den Stern, das heißt, ich möchte alles auswählen. Ich könnte hier auch eine Liste von Attributnamen, zeige ich gleich. Select, from und dann der Tabellenname, in diesem Fall Berg. Der Befehl endet mit einem Semikolon und wer Kommentare schreiben will, die fangen immer mit zwei Minus an. Ich bin ein Kommentar. Zack. Wir haben hier auch immer so ein Autovervollständigung, die ist gerade ziemlich stört. Jetzt habe ich einen Befehl eingegeben. Um ihn auszuführen, drücke ich einfach hier oben auf Run. Dann dauert es eine Sekunde und dann sehe ich, oh, mein Ergebnis für diesen Befehl ist eine Tabelle. Das Ergebnis eines Befehls ist immer eine Tabelle. Mal enthält die viele Werte, mal enthält die gar keine Werte, mal enthält die nur eine einzige Zelle, wo eine Zahl drinsteht. Wenn ich dann habe, was zählen lassen. Wie viele Berge gibt es in Europa zum Beispiel? Da kommt dann eine Tabelle raus, die hat genau eine einzige Spalte und eine einzige Zeile und da steht dann meine Zahl drin, die ich hätte haben wollen. So, wir sehen also, wir haben aus dem Berg rausgeholt die IDs, wir haben den Namen raus, das Gebirge, zu dem die Berge gehören, die Höhe, das Jahr der Erstbesteigung. Oh, Null. Das heißt natürlich nicht Null, sondern das da, das ist das Informatiker Null. Das heißt, wir wissen es nicht, da ist kein Wert gespeichert. Für dieses Attribut des Bergs Akongagua, ich hätte vielleicht besser vorher üben sollen, in den Anden, wissen wir nicht, wann die Erstbesteigung war. Zeig, ist nichts gespeichert. Ob jetzt der 70. Längengrad und der 32,5. Breitengrad stimmen, ich habe keine Ahnung. Die Datenbank ist alt, aber Berge bewegen sich eigentlich nicht so schnell. Gut, jetzt wissen wir, wie wir alles aus einer Tabelle, aus einer Entitätstabelle rausholen. Aber das ist ja vielleicht nicht das, was wir wollen. Vielleicht interessieren uns ja nur die Namen und die Höhen. Die IDs von den Bergen, wofür brauchen wir die? Außerdem, das Jahr der Erstbesteigung brauchen wir auch nicht immer. Also vielleicht wollen wir einfach nur von allen Bergen den Namen wissen und die Höhe. Das heißt, anstatt des Sterns kann ich auch eine Komma getrennte Auflistung von Attributen hier hinschreiben. Das heißt, Select Name, Höhe from Berg sollte mir eine Tabelle liefern mit zwei Spalten. Einer Spalte Name, einer Spalte Höhe und das für alle Einträge, für alle Entitäten in der Tabelle Berg. Probieren wir es mal aus. Und wir sehen schon, genau das scheint zu passieren. Es kommen nur noch Namen und Höhen raus. Wir haben diverse Berge, den, den ich nicht aussprechen kann. Aber wir haben zum Beispiel auch den Kamerunberg, den kann ich aussprechen. Hier mit 4040 Metern Höhe. Gut, vielleicht ist das aber nicht alles, was wir wissen wollen. Vielleicht wollen wir ja nur über einen Berg was wissen. Da brauchen wir uns nicht die ganze Tabelle zurückgeben lassen und müssten dann noch in unserem Programm drin suchen, sondern wir lassen uns einfach vom DBMS nur das geben, was wir wissen wollen. Zum Beispiel will ich wissen, wie hoch die Zugspitze ist. Und auch das kann der Select-Befehl. Also ich selekte offensichtlich die Höhe, denn nur die interessiert mich, aus der Tabelle Berg. Und jetzt sage ich, ich will aber nicht alle Ergebnisse der Tabelle, sondern ich will die Ergebnisse der Tabelle von der Zugspitze. Und dann kann ich hier hinten schreiben, where, das ist so eine Art, naja, so eine Art if. Genau dann, wenn der Name, also das Attribut Name, Zugspitze ist. Zugspitze ist ein Wert, den muss ich in Anführungszeichen setzen, in einfache Anführungszeichen. Das heißt, hier schreibe ich Select Höhe from Berg, where, Name, Zugspitze. Das heißt, er gibt mir eine Spalte zurück mit der Höhe von allen Bergen, der Name Zugspitze ist. Und ich hoffe einfach mal, dass in der Tabelle, in der ganzen Datenbank, nur ein Berg, Name, Zugspitze drin ist. Probieren wir es aus. Jo, das scheint geklappt zu haben. Ich habe hier eine Spalte Höhe und da steht genau ein Wert drin. 2963 Meter hoch ist die Zugspitze. Das könnte passen. In Geografie war ich nie so die Leuchte. So, das ist ja schön mit dem Name ist gleich. Und da kann man natürlich auch größer und kleiner und größer gleich und weiß Gott, was alles verwenden. Aber manchmal weiß ich, will ich ja von mehreren Bergen was haben. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich will nicht nur die Zugspitze, sondern ich will auch noch die Höhe von K2 haben. Dann kann ich das mit logischen Operatoren verknüpfen. Das heißt, ich kann hier hinten noch schreiben, der Name soll Zugspitze sein oder der Name soll K2 sein. Ja, das ist übrigens der zweithöchste Berg der Welt, meines Wissens nach. Und wenn ich das ausführe, dann sehe ich, oh, ich kriege eine Höhe. Und ich habe eine Höhe und noch eine zweite Höhe. Und jetzt ist doof, jetzt weiß ich nicht, zu welchen die gehören. Also soll ich mir vielleicht noch die Namen dazu rausholen. Name, Höhe. Und dann sehe ich, ah, der K2 ist 8611 Meter hoch. Und die Zugspitze ist immer noch 2963 Meter hoch. Ich kann, statt die alle aufzulisten, auch sowas wie Templates, Vorlagen, Suchbegriffe eingeben. Ich könnte zum Beispiel mir die Namen und die Höhen von allen Bergen, die irgendwie Mount Ebbes heißen, geben lassen. Dafür gibt es statt des Gleichzeichens das Like. Das ist kein Zeichen, das muss man halt hinschreiben. Und dann kann man dahinter wieder einen String schreiben, einen Wert. Und wenn wir alle die Mount irgendwie heißen wollen, kann ich MT für Mount schreiben. Und dann das Prozentzeichen. Das Prozentzeichen steht für beliebigen anderen Text. Das heißt, da wird der Mount Rushmore rauskommen. Da wird auch der Mount Hast du nicht gesehen rauskommen. Klinieren wir es mal aus. Und Mount Prozentzeichen hat er nicht erkannt. Warum hat er das nicht erkannt? Ha! Weil ich natürlich das Hochkommer nicht geschlossen habe. So, nächster Versuch. Ich blende die History wieder aus. Die Schande meiner falsch eingegebenen Befehle. Also, Mount Prozent. Falls ich vorhin Fragezeichen gesagt habe, ich habe Prozent gemalt. Mount Prozent gibt uns aus den Mount Ribbon, den Mount Eilmer, den Mount Albert, den Mount Hood, den Mount McKinley, den Mount Mitchell und wie sie alle heißen mit den entsprechenden Höhen. Das heißt, ich kann auch filtern. Ich könnte mir auch alle Berge ausgeben lassen, die irgendwo innen drin ein kleines G enthalten mit Prozent G-Prozent. Oh, da gibt es sogar ein paar. Da gibt es sogar einige. So viel zu diesem Teil. Jetzt schauen wir nochmal, wie sich das verhält, wenn wir was wissen wollen von der Datenbank, was es nicht gibt. Wollen wir zum Beispiel mal Name und Jahr der Erstbesteigung aus der Berg-Tabelle haben und ohne das näher zu spezifizieren, lassen wir es ausgeben. Und wir sehen, wenn wir was nicht wissen, dann kriegen wir auch in unserer Ergebnistabelle dieses Null angezeigt. Wenn das Nullnit kommt, also hier der Mount Bielucha oder so ähnlich, 1933 Erstbesteigung, die anderen, von den meisten wissen wir es nicht. Naja, nicht jeder Hügel ist dokumentiert, wann er erst bestiegen wurde. Naja, hier der Mount Blanc 1786, der Everest 1953 und der K2 sogar erst danach, 1954. Sieh mal eine an. Das können wir machen. Wir können mit Select auch rechnen oder verschiedene mathematische Operatoren machen. Wir können zum Beispiel einfach mal den höchsten Berg rausfinden. Also wie hoch der höchste Berg ist. Das können wir machen, indem wir den Max-Operator benutzen für Maximum. Und den können wir sagen, ich hätte gerne von der Spalte Höhe, die du mir ausspuckst, das Maximum. Das heißt, er gibt mir nicht mehr die ganze Spalte Höhe aus, aus der Bergentitätstabelle, sondern der gibt mir einfach nur noch das Maximum aus. Und wenn ich das ausführe, dann sehe ich, okay, 8848 Meter hoch. Das ist schön, jetzt weiß ich, wie hoch der höchste Berg ist. Ich weiß immer nicht, welcher Berg das ist. Naja, dann lassen wir uns halt den Namen noch dazu ausgeben. Max Höhe und es ist nicht unüberraschend der Mount Everest. Das heißt, ich muss hier die Attribute auch nicht in Reihenfolge oder sonst irgendwas machen. Ich kann mir sagen, hol mir die maximale Höhe und gib mir den Namen dazu. Das kann ich machen. Manchmal möchte ich aber auch andere Dinge haben, zum Beispiel sortierte Ergebnisse. Ich könnte mir ja mal die Höhe anschauen von Bergen und dann sagen, ich hätte die Berge aber gerne sortiert und zwar aufsteigen nach der Höhe. Und dann kann ich Order bei und den Attributsnamen angeben. Order bei Höhe. Das heißt, er wird mir jetzt Namen von Bergen und Höhen geben und er wird mir die sortieren. Und sieh mal einer an. Wir haben den Berg Elbrus mit der Höhe 0. Das bestimmt ein Fehler. Der ist da auch nicht ganz unabsichtlich drin. Dann haben wir den Feldberg als kleinsten Berg in dieser Datenbank, neben dem Elbrus, mit 1277 Metern und dann sehen wir, es ist immer aufsteigend und am Ende werden wohl Everest und K2 sein. Genau, der Everest mit 88, 48 und der K2 mit 86, 11. Das heißt, dieses Order bei kann ich hinten dranhängen, so ähnlich wie das war. Ich kann das natürlich auch alles miteinander kombinieren. Gut, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach ja, der Elbrus ist falsch. Das ist doof. Also offensichtlich ist er nicht 0 Meter hoch, sondern jeder von uns weiß, dass er 5.642 Meter hoch ist. Wäre jetzt mal an der Zeit, diese Datenbank zu aktualisieren. Und dafür haben wir den Update-Befehl gelernt. Damit kann ich mehrere oder einzelne Einträge einer Datenbank verändern. Und er geht folgendermaßen. Ich möchte updaten. Und zwar möchte ich die Tabelle oder den Entitätstyp Berg updaten. Und ich möchte die Höhe ändern in einer Entität oder in mehreren Entitäten. Und zwar möchte ich die auf, was habe ich gesagt, 5.642 Meter ändern. Und zwar nicht überall. Nicht bei jedem Berg, sondern da kommt wieder unser Where rein. Nur dort, wo mein Suchfilter, also wo mein Where passt. Und das wäre in diesem Fall genau dort, wo der Name des Berges Elbrus ist. Und nach dem Befehl kann ich starten. Und wenn ich mich nicht vertippt hätte, kann ich den Befehl starten. Und ich sehe, ich kriege gar kein Ergebnis. Kein Ergebnis und keine Fehlermeldung ist gut. Das ist das Unix-Prinzip. No News is good news. Wenn ich mich nicht beschwere, dann hat schon geklappt, was du wolltest. Wie kriegen wir jetzt mit, ob der Update-Befehl wirklich funktioniert hat? Weil ich kann das ja hier behaupten. Naja, wir holen uns den mal wieder raus. Wir selekten mal Stern aus der Bergtabelle. Genau dort, wo der Name des Bergs Elbrus ist. Und sieh mal einer an, da haben wir ihn. Elbrus im Kaukasusgebirge. Höhe 5.642 Meter und nicht mehr 0 Meter. Wie praktisch, ne? Also, jetzt haben wir unsere Datenbank verändert. Und zwar persistent. Das muss man sich vielleicht auch merken. Wenn man was in Datenbanken macht, passiert das immer sofort. Und das wird auch gespeichert. Direkt. Und DBMS speichert das direkt. Hier, wo wir es über das Web verwenden, speichert er das irgendwo hin. Wenn wir das später noch haben wollen, kann man einfach über File, SaveDB, sich die Datenbankdatei wieder von der Webseite runterladen. So, jetzt haben wir was aktualisiert. Also Update gemacht. Jetzt müssen wir auch noch was einfügen. Es fehlt ein Berg in dieser Tabelle. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Aber es fehlt offensichtlich die Hallgarter Zange. Ich kann jetzt mal schauen. Like, Hall, Prozent. Warum habe ich doppelte Anführungszeichen genommen? Naja, würde auch gehen bei SQLite, aber nicht immer. Schauen wir mal, alle Berge, die mit Hall anfangen, gibt es keine. Ups. Gut, dann müssen wir die Hallgarter Zange mal hinzufügen. Das geht mit dem Insert-Befehl. Insert into. Wohin? In die Tabelle mit den Bergen. Into Berg. Und dann muss ich dahinter in Klammern schreiben, welche Attribute ich jetzt einfügen möchte. Also ich füge eine neue Zeile in die Tabelle ein. Aber ich muss nicht alle Attribute einfügen. Zum Beispiel die ID. Das ist ein Primärschlüssel. Und den habe ich in der Tabelle so eingestellt, dass der automatisch erzeugt wird. Weil ich weiß ja gar nicht, welche IDs es schon gibt. Und Primärschlüssel dürfen nur einmal vorkommen. Also lassen wir das lieber mal DBMS machen. Wenn ich einen neuen Berg hinzufüge, gebe ich einfach keine ID an. Und das DBMS wird uns schon richtig einfügen. Also was wissen wir denn von der Hallgarter Zange? Wir wissen, wie die heißen. Attributname. Wir wissen das Gebirge. Das ist das Rheingau-Gebirge. Und ich habe auch recherchiert die Höhe, nämlich 580 Meter. Erstbesteigung der Hallgarter Zange ist, glaube ich, nicht dokumentiert. Tragen wir uns mal nicht ein. Das DBMS wird für alles, was wir nicht eintragen, entweder einen sinnvollen Wert oder 0 hinterlegen. Gut, also machen wir nur die Höhe. Und jetzt müssen wir dem Ding ja auch noch sagen, welche Werte diese Attribute haben sollen. Das geht mit Values. Und dann schreibe ich da einfach hinten drin. Hallgarter Zange. Das wäre der Name. Das ist das Erste in der Liste. Dann müssen wir das Gebirge hinterlegen. Das ist das Rheingau-Gebirge. Und die Höhe, habe ich gerade gesagt, 580. Das ist eine Zahl. Zahlen brauche ich nicht in Anführungszeichen setzen, sonst werden sie zu Buchstaben. Und wenn die Tabelle gelernt hat, dass das Attribut vom Typ Zahl ist, dann wird es keine Buchstaben nehmen. Dann mache ich die Klammer zu und setze ein Semikolon. Und hoffe inständig, dass ich mich nicht vertippt habe. Führe den Befehl aus. Ich kriege keine Rückmeldung. Das heißt, er hat geklappt. Jetzt können wir noch mal schauen, ob die Hallgarter Zange in unserer Tabelle aufgetaucht ist. Select Stern. From Berg. Where. Name. Like. Halbprozent. Vorhin waren es keine. Guckt mal eine andere als die Hallgarter Zange. Die liegt im Rheingau-Gebirge. Ist 580 Meter hoch. Ja, ist 0. Also Erstbesteigung unbekannt. Längen- und Breitengrad ist auch unbekannt. Aber es ist in unserer Tabelle drin. Wunderbar. Jetzt haben wir also auch gelernt, wie man Dinge neu einfügt. Jetzt geht es noch darum, Dinge zu löschen. Wir löschen mal einen Berg. Wäre praktisch. Moment, jetzt muss ich mal in meinen Spitzzettel schauen. Wir löschen mal einen Berg. Und zwar löschen wir die Hallgarter Zange wieder. Weil mal ganz ehrlich, mit 580 Meter, das ist ein Rubbel und kein Berg. Dafür gibt es den Delete-Befehl. Delete from. Aus der Tabelle Berg möchte ich etwas löschen. Und dann wieder ganz normalen Where-Befehl. Ich könnte auch bei dem Where-Befehl, ich muss da ja nicht nur einen rausfiltern. Ich könnte ja auch alle Berge löschen, die mit A anfangen. Zum Beispiel. Ich möchte aber in diesem Fall nur die Hallgarter Zange löschen. Hallgarter Zange. Und die hat ein großes H vorne. Und das werde ich ihr auch gönnen. Und wenn ich das ausführe, kriege ich keine Rückmeldung. Und das heißt, es hat geklappt. Ich versuche nochmal die Hallgarter Zange rauszuholen. Select Stern. From Berg. Where Name. Wir machen es wieder über Like. Das lässt sich schneller tippen. Und sieh an. Keine Hallgarter Zange mehr in der Tabelle. Wir können jetzt sagen, okay, wenn wir Hubbel eh nicht drin haben wollen, na dann löschen wir doch mal alle Berge, die irgendwie kleiner sind als 2000 Meter. Delete from Berg. Berg. Where Höhe kleiner 2000 Meter. Das sind keine Berge, das sind nur Erhebungen. Die schmeißen wir aus der Tabelle raus. Zack, wir kriegen wieder keine Rückmeldung. Jetzt können wir mal schauen, ob wir noch welche drin haben. Select Stern vorm Berg. Where Höhe kleiner 2000. Sollten jetzt keine Ergebnisse kommen. Kommen noch keine. Schauen wir mal, ob wir mit 2500 welche haben. Sieh mal eine an, da haben wir welche. Das ist der ganze Trick mit dem CRUD. Create, Read, Update und Delete. Dafür haben wir jetzt die Befehle gelernt. Was man dahinter bei Where anstatt des Gleichzeichens und End und Or schreiben kann, das Or dabei, das findet sich alles in der Dokumentation von SQLite. Die ist verlinkt. Ich habe aber an dieser Stelle schon mal ein paar Aufgaben mitgebracht, mit denen man sich beschäftigen kann. Nachteil meiner Schüler, die das Video sehen, ihr müsst euch damit beschäftigen. Die sind alle mit dem Wissen aus dem bisherigen Video zu lösen. Das heißt, wir haben einmal so, mal den Befehl rausfinden, um alle deutschen Städte mit mehr als einer Million Einwohner rauszufinden. Oder alle Städte, deren Namen ein kleines Y enthalten. Oder alle Berge, die höher sind als 3000 Meter. Da gibt es immer einen Befehl für. Die Stadt in Deutschland mit den meisten Einwohnern. Oder alle Flüsse, die mit W beginnen und mindestens 1,5 Kilometer lang sind. Die Einwohnerzahl Geisenheims ist bestimmt auch was Interessantes. Mein persönlicher Liebling, findet doch mal heraus, ob es Bielefeld gibt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, das aus der Datenbank herauszufinden. Jeder ist mir recht. Dann, die eigene Heimatgemeinde, bitte der Datenbank hinzufügen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie noch nicht drin ist. Berlin, da sind ein paar Leute hingezogen, seitdem die Datenbank das letzte Mal aktualisiert wurde. Bitte mal die Einwohnerzahl Berlins aktualisieren. Das sind jetzt 3.644.826 Einwohner. Und zum letzten Spaß, was Destruktives, mal alle Inseln löschen. So, ich glaube, das sind genug Aufgaben. Da kann man sich eine Zeit mit beschäftigen. Ich verabschiede mich aus diesem zweiten Video. Diesmal hoffentlich mit besser abgemischten Ton. Und werde jetzt gleich noch das dritte Video aufnehmen. Vielleicht auch mal mit Licht. An dieser Stelle sage ich herzlichen Dank. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Viel Spaß mit den Aufgaben. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.